Schmeckt es Lukas? Schönen Ausblick Geht gerade nicht Was hast du denn zu essen gemacht? Schmeckt man nach Gurke? Schmeckt man nach Gurke? Schmeckt man nach Gurke? Geht auch mal auspacken? Ich bin ja getaubert fünf Minuten. Nichts immer. Das ist Pizza für Arme. Ein schwarzes Brot. Das ist so ein schwarzes Brot. Ehrlich? Das ist... Mischbrot. Genau. Du sagst Graubrot. Graubrot. Das ist Pizza.